Brenner Jovanoff, Schweig still die Nacht. Dieses Buch hat mich ganz einfach wegen diesem Wahnsinns-Cover angemacht. Es sieht schon düster aus, es sieht geheimnisvoll aus. Das Cover verspricht eine Mischung aus Rosemary's Baby und die Hand an der Wiege zu sein. Aber, ich bin ja nur ein kleiner Hasenfuß, es ist ein Jugendbuch und darum dachte ich mir, da kannst du dich dann trotzdem ranwagen. Das Buch hat durchaus wirklich eine düstere Atmosphäre, die wird wunderbar aufgebaut und die zieht sich auch durch das ganze Buch. Mackie ist ein Junge der ganz besonderen Art. Was sein düsteres Geheimnis ist, ist am Anfang so schnell nicht klar. Also es ist nicht so Schublade auf und da passt er jetzt rein. Ich war mir die ganze Zeit nicht ganz sicher, ist er jetzt ein Vampir, ist er ein Werwolf? Was ist er eigentlich? Was er wirklich ist, verrate ich hier auch gar nicht erst, sondern das solltet ihr alle selber rausbekommen. Er ist jedenfalls kein gängiges Klischee, sage ich es einfach mal so. Das ist auch einer der Gründe, was ich an dem Buch sehr, sehr gut fand. Es sind jetzt nicht die typischen Horrorgestalten, die da wieder auftauchen zur großen Monsterparty, sondern es ist wirklich mal etwas ganz anderes. Die Autorin bedient sich also auch der irischen Mythologie, das fand ich eigentlich auch mal ganz toll. Und es war am Anfang für mich nicht leicht, in dieses Buch hineinzufinden. Aber von Seite zu Seite wurde es irgendwie spannender und irgendwann hatte das Buch mich und dann musste ich es auch in einem Rutsch zu Ende lesen. Ich will auch gar nicht so sehr auf den Inhalt eingehen, weil das Buch ist sehr mysteriös. Ich denke, man muss da ganz alleine auf seine eigene Gedankenreise gehen. Nur so viel ist verraten, es stimmt etwas nicht mit diesem Örtchen. Und regelmäßig verschwinden in dem Ort Kinder. Und an dem Moment, wo dieses Buch beginnt, ist es mal wieder gerade so weit und ein Kind ist verschwunden. Schaurig schön. Es würde sich sicherlich auch gut verfilmt machen. Ein Buch, das mal ein klitzekleines bisschen anders ist, wie die ganz normale Fantasy. Gewöhnungsbedürftig auf alle Fälle. Nichtsdestotrotz hat es mich fesseln können und ich fand es richtig gut. Mir gefiel Mackie sehr gut. Auch so sein bisschen noch die Problematik. Er ist ja auch noch nicht ganz erwachsen. Er lebt noch bei seinen Eltern zusammen mit seiner Schwester Emma. Die ist eine ganz, ganz tolle Person, meiner Meinung nach. Er hat Freunde, Drew und Danny. Das sind Zwillinge, die einen absoluten Techniktick haben. Und er hat seinen Freund Roswell, auf den er sich jederzeit und immer verlassen kann. Die erste Liebe spielt so ein bisschen auch eine Rolle. Er verschwärmt sich erst in Alice. Aber seine wahre Liebe ist eine ganz andere. Und das ist wirklich ein schöner Mix. Und ich fand auch diese Ideen, die letztendlich dahinter stehen, sehr bemerkenswert. Und ich habe über das eine oder andere auch mal nachdenken müssen. Ja, der Script 5 Verlag ist ja noch, oder mir war er eigentlich sehr unbekannt. Aber es ist ihm mit Sicherheit ein sehr ungewöhnliches und interessantes Buch geglückt. Das ist ihm mit Sicherheit ein sehr ungewöhnliches und interessantes Buches.